Herzlich willkommen bei Landschaftsgärtner Wilfried Tammen, ihrem kompetenten Familienbetrieb in Lea. Wir realisieren Ihre Träume von einem individuellen Lebensraum, in dem Sie sich entspannen können. Ob naturnah, mediterran oder mit Anklängen an asiatische Tradition, wir sind bei Planung und Anlage Ihres Gartens behilflich. Mit 30 Jahren Erfahrung in allen Bereichen des Garten- und Landschaftsbaus unterstützen wir Sie bei Pflege- und Pflanzarbeiten, verarbeiten Holz und Naturstein oder legen Wasserlandschaften für Sie an. Gern erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Sprechen Sie uns an!